Jo, Hallöchen ihr da draußen und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich wieder einen kommentierenden Kommentar für euch. Und es geht los mit dem ersten Kommentar, der ist von der Mila. Die habe ich nämlich kennengelernt, als ich in der Jury vom Jugendwort war. Und sie hat auf unseren Vlog vom Jugendwort geantwortet, voll verbuggt, was ist das denn für ein Jugendwort? Da hättest ihr mal lieber gelindert. Quatsch, hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen, war ein Megatag. Ja, ich kann es nur zurückgeben, hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. Würde mich auf alle Fälle freuen. Und ich hoffe, euch hat auch der Vlog gefallen. Und dass ich euch mal mitgenommen habe, wie das Ganze so abläuft. Ja. Der zweite Kommentar ist vom Robert und er schreibt, jetzt wird's creepy, die Szene mit dem Telefonieren ab 3.39 Uhr habe ich heute Nacht geträumt. Ansonsten geiler Vlog. Ich glaube, er meinte diese Szene hier. Wir haben gerade die Revolution des Telefonierens erfunden. Hallo. Ja. Erfunden. Ich bin noch hier 10 Minuten. Ja, 10 Minuten wird bei mir ein bisschen knapp. Ja, aber ich kann von... Für Leute, die... Also kommt man vielleicht auch durcheinander, aber ich würde es mal doppelt. Für Leute, die schizophren sind, die können so telefonieren. Oder... Auf jeden Fall, ähm... Boah, du kannst halt nicht mehr noch mal reden, weil du dich halt... Ja, ziemlich creepy, dass du das geträumt hast. Ähm... Aber es war witzig. Ich meine... Wie dumm sind wir mit uns selber telefoniert. Egal, ähm, so kann man auch nochmal austauschen. Aber schön, dass dir der Vlog gefallen hat. Dann hat die Stella geschrieben, find dich bzw. euch cool. Abo hast du. Vielen herzlichen Dank, das freut uns sehr. Ich glaube auch, mein Team hinter der Kamera sagt, danke euch. Ja, das Team freut sich. Danke, schön, dass du da bist. Willkommen beim... Maximal... Mit Brückenhofen. Genau. Dann der vorletzte Kommentar ist von vor dir, mein Tube. Ich grüße dich erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und sie schreibt aus dem Video, mir hat das Video sehr gefallen, weil das mich schon von Beginn an mitgenommen hat. Mir hat es Spaß gemacht. Solche Sketche liebe ich. Das ist sehr schön, weil... Äh... Das war, glaube ich, das Bürovideo. Da hast du mir auch geholfen. Und das war ein bisschen Arbeit. Vor allem, wie es ihr denn mit dem Brief auf den Tisch schmeißen. Weiß nicht, das haben wir... Vielleicht gibt's Outtakes. Mal gucken. Okay, nein, es gibt keine Outtakes. Und der letzte Kommentar ist vom lieben Flo. Und auch dich grüße ich. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Und er hat geschrieben, hey Max, tolles Video. Ich würde mich übrigens über den Flug freuen. Weil, ja, ich würde mich auch mal wieder über einen Urlaub irgendwo freuen. Einfach, wo es warm ist. So, Freunde, das waren wieder die fünf Kommentare vom Kommentiere-Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Denkt immer dran, wer den Kopf hängen lässt, schleift im Dreck. Immer maximal denken. Ich bin raus für heute. Bis dann und ciao. Ciao.